Setz da hin und sei ruhig. OOOH! Herr Wamba und ähm... Pen Uts mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spiele- Du gehst zu batschen, mach an hier und sieb's ne Schelle. So, klickst Daumen nach oben und klickst es bis zum Ende, sag ich dir, sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Was ist hier rechts? Der ist... ne. Ach, du bist rechts, ne? Ja. Ähm... Hau de, Freunde! Hau de! Ich muss kurz konzentrieren, äh... Ich seh da keinen bei C. Ah, die kommen aber schon von rechts alle. Oh, guck mal rechts, Robert. Oh, ich seh nix. Guck mal rechts. Da, in dem Rauch. Hau mal in den Rauch rein. Äh, mach ich gerade. Guck das, was du da hat. Ne, leider nicht mehr. Schade. Oh, ich wurde beschossen, ich bin weg. Geh du mal auch wieder weg. Okay, bin ich auch weg. Alles klar. Hm. Ich glaube, der hat uns immer noch im Visier. Warte, wo immer das ist. Warte, wo immer das ist. Oh, ja. Oh, hier ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Äh, ich hab den schon da. Jetzt 19, ich bin tot. Scheiße. Komm zurück, warte. Ach, hier. Na ja, hier muss ich beruhig dich doch machen. Sehr gut, sehr gut. Stark. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht dein Tod. Ne, ne, das machen wir schon. Ne, ne, ne. Ich bin noch Angst. Ist das sicher? Hier passiert ja nichts. Da oben ist die Neiwesen. Oh, hier ist schon wieder ein Sniper. Wir müssen unbedingt ins Haus. Ja. Na gut, das ist okay. Wenn der mal springen würde, dann könnte ich das machen. Komm rüber einfach nur an. Boah, ich hab's hier sehen, wie der sich wieder angesch... Hier oben. Hab ich. Nein, wer war das? Wer hat dich da jetzt? Welche Hure? Alles gut, ich bin... Boah, du stehst da auf dem Tisch doof. Meine Güte. Entschuldige bitte. Hier, ich hab dich mal mit Munition versorgt. Ja, danke. Weil du selber keiner hast. Ne, stimmt. Erik ist tot. Ach, der guckt mir direkt einen Sniper in die Fresse. Naja, schön, dass ich noch mitgekriegt habe. Das ist ja praktisch. Ja, Erik. Wenn ich oben war. Versuch mal hoch zu gehen. Willst du versuchen? Oh, ich wurde schon so gut wie tot. Hau ab hier, du Hure. Ja, Erik glaube nicht mehr. Oh, ne, das ist keine gute Idee, jetzt hier wieder zu beleben. Erik lag auch so halb in der Luft. Also mich kannst... Also ich bin selber tot. Ich bin selber tot, wenn ich euch da wieder belebe. Und danach seid ihr tot. Aber ich würde mal bei dir spawnen. Mach gerne. Irgendwie jetzt... Hallo? Ne, kein Platz. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Aber... Ich geh aber erstmal hier ins andere Haus rüber. Erik ist schon wieder tot. Wer hat ihn denn jetzt getötet? Ah, da explodiert es aber ordentlich, wa? Was ist denn mit dir hier, du Hurenbastard? Ey, in der Besenkammer steht wieder einer drin. Ach, Mann. Direkt auf meiner Leiche. Steht. In der Besenkammer liegt der. Wer hat es schon wieder beleben? Mir stand jetzt hier keine. Oh, ihr seid das. Das Haus fährt ein, ich nehme Schaden. Aber die Besenkammer, da kann einem nichts passieren, glaube ich. Doch, in der Besenkammer habe ich Schaden genommen. Achso. Ich nicht. Ist ja auch geil. Obwohl ich neben dir stehe. Eck, 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 eck. Eck, eck, eck. Also. Versorgungssoldat Level 15. Genial. Muss ich erst mal beruhigen. Muss ich auch erst mal beruhigen. Na gut, eigentlich. Mann, die Piat. Ich habe ja gar keine Piat. Scheiße. Nein, 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 nein. Ich, ich, ich. Rein hier. Oh, hier unten ist Heilung, wenn du unten Heilung brauchst. Ja, ja. Hier. Ach, ja, sehr gut. Her damit. Nicht nachladen. Ach, man. Oh, Erik. Oh, sorry. Sorry. Oh, Gottes Willen. Hör auf. Hört alle auf, bitte. Wo seid ihr? Ich bin unten. Im selben Haus. Bin nicht weg. Okay, was soll man? Wo ist hier hingerahnt? Die Sure. Gar nichts mehr. Hier ist alles eingenebelt. Töten. Getötet worden. Scheiße. Wo ist denn wer? Gut, ich lieg draußen. Ich seh den nicht mehr. Ich wurde rausgeschleudert irgendwie. Und lieg zwischen den beiden. Oh nein, wo ist er denn? Da drüben ist er. Ich hasse ihn. Warte, ich wurde wiederbelebt. Vielleicht kann ich dich noch. Erik macht schon. Erik macht das schon. Gut, okay. Sehr gut, danke. Wunderbar. Machen wir die Tür hier zu. Nicht nachladen, sondern einfach nur die Tür zu machen. Oh, oh. Ach du Fickbirne du. Was ist denn das? Was war das? Na sag mal. Wenn ein Hauseinsturz wartet. Ja. Aber man, wovon? Woher? Achso, ja. Was war das? Na ist ein Sturz. Achso, ich musste schon fragen wovon. Da musst du schon fragen wovon. Wovon? Ja. Habe ich, alles gut. Keine Panik. Okay. Woher ist man C verteilen denn eigentlich? Ich hab auch C noch als Befehl drinnen. Erik, Erik ist drüben tot. Ich seh ihn, ja. Ich versuche ihn mal wieder zu überleben. Kann nicht immer nur er, er uns. Ich bin auch fast tot. Doch, ich bin tot, Mann. Warum denn? Nein, Erik, auch warum? Jetzt bin ich da rüber gerannt. Noooo, MP40 tot. Scheiße. Schafft er das noch? Der Sani steht echt bei mir. Wo ist denn der Sani hin? Der ist nur ein Meter, wird der angezeigt. Warum der lebt der nicht wieder, wenn der jetzt auf dem Meter ran ist? Keine Lust. Oh, Sani ey, echt ey. Ich hab jetzt mal D als Befehl hier aus. Ich nehme mir mal die große Munitionskiste mit. Da haben wir auch sowas wie Granaten und alle drinnen. Das war dann jetzt schon wieder. Oh ne, Erik wurde oben abgeknallt. Ach du Scheiße, ey. Also wir mit Granaten brauchst du auch Bescheid. Ich hab hier die Munitionskiste, ja. Die große Ball. Jetzt schaff ich eh. Jetzt schaff ich eh nicht mehr. Man, er hockt hier oben wieder auf seinem Dings. Nerd Plätzchen. Was ist los? Ich dachte da war einer verhalten, aber da war doch keiner. Nimmt euch Munition, gönnt euch alles. Oh, wer holst denn da ein? Spaß im Weg steht. Geil. Panzer. Ah, das war ich bestimmt. Der Spaß. Das kann sein, wenn du hier neben mir liegst. Ja. In dem Moment wollte ich nach vorne. Und wieder tot. Mann, ey. Das ist auch ne Wiederbelebung. Das ist ja schon wieder ein Blödsinn alles. Ach Gott, Leute ey. Und den letzten hat er auch noch. Ich sterbe. Ich brauch Hilfe. Oh, Erik hat den Trupp verlassen. Jetzt hat er kein Bock mehr. Na ja, gut. Jetzt hat er uns wieder eingeladen. Ich verstehe manchmal Erik nicht. Also hat er keinen Bock mehr gehabt auf den Server? Oder woran liegt das jetzt? Das wollen wir mal gucken. Vielleicht ist er einfach nur ein Trupp eingeladen. Keine Ahnung. Kann dich gerade noch nicht wiederbeleben, weil der da oben steht. Ich bin jetzt. Truppführer. Kommst du zu uns, Robert? Äh, warte mal. Ich muss... Wo seid ihr denn jetzt hier? Das Trupp ist voll. Aber du kannst ja jemanden rauswerfen. Äh, ne. Der Trupp ist nicht voll. Hier sind nur drei Leute drinnen. Achtung. Ziel Dora verloren. Wirklich. Achso. Dann war das ja so ein Bug. Bei mir stand, dass der voll ist. War er aber ja nicht gewesen. Ah. Mann. Das kann nicht sein, dass... Widerbelebung. Das kann aber echt nicht. Der zielt auf dich. Ich treffe den mit voller Pulle, mit dem Magazin. Nicht einen Schuss daneben gesetzt. Und der tötet uns beide dann, ja. Hilf mir irgendwer! Ihr müsst ihr helfen! Obwohl der nicht mehr auf mich gezielt hat. Das ist interessant. Der hat durchdringende Tugeln. Mhm. So ne Ausschweifenden. Die dann noch so ne extra Runde drehen. Du bist schon wieder Truppführer. Wie auch immer du das gemacht hast. Ja. Vielleicht hat dich Erik befördert. Habt ihr gehört? Du darfst zielen und verteidigen. Kann ja sein. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Was ist denn hier los, alter? Sehr gut. Ja. Haftdynamit. Ja. Naja, sehr schön. Das war unser Panzer. Achso. Weil ich... Ach, dann warte. Was? Den Typen habe ich doch getötet in dem Moment, bevor der das gezündet haben konnte. Ich habe den noch gesehen. Ich dachte, das war ein gegnerischer Panzer. Oh. Dumme Sau. Ohohohoho. Boah, der Flugzeug hier direkt in die Wasser. Ja, ich habe es gesehen, ey. Scheiß, weg. Cee, du Hure! Mann, ey. Dieses Radial-Drecks-Menü, ey. Ich muss es immer dreimal da auswählen, weil der immer abrutscht da. Wenn du überfordert bist, lass mich es machen. Nee, mach das mal wieder jetzt. Oh. Komm schon. ich weiß nicht wo ja genau genau bei mir einfach direkt den rücken wiederbelebt nicht zur munitionskistik fallidiot man hörte auf mit eurem scheiß snipe an wieder von irgendwo bei f fast tot so ich geh jetzt mal zu f bei f hocken sollte bestimmt wieder irgendwo die huren kinders da hinten hängen doch schon wieder laufen sehen in dem moment dreht er natürlich ab ist klar was sind denn jetzt hingen denn ex-sniper denn nicht nicht im ernst ist da hinten die uhr Ach, der ist von uns, ey. Der ist ja nicht mal kaputt. Ätze. Dreimal, meine Güte. Jetzt könnten wir nochmal zu zäh rüber gehen. Hä? Also bei F hoch gleich kommen wieder, glaube ich. Hm. Die haben wir auch. Die haben wir auch. Hör auf, oh, ich hab dieses Scheiß. Gekamper, gesniper, überall. Nein, du sollst nicht nachladen, du Arschloch. Oh, wer hat euch denn jetzt getötet? Hm, gute Frage, ja. Oh, der Kühnel-Stream ist schon weg. Oh, Bomber, Alter. Diese Navi-Karte, das ist einfach, die ist so scheiße geworden. So krass. Oh, am Anfang war die noch cooler. Ja, definitiv. Ja, ist klar, Alter. Du kannst ja keine fünf Minuten hier, ohne dass irgendetwas passiert. Mach doch mal das Fenster auf. Vor allen Dingen, ich hab mich gerade geheilt, ey. Geil, alles wieder auf... Und wieder, oh Mann. Oh Mann. Wie kann er mich getroffen haben? Ah ja, geil. Na, das macht ja Sinn jetzt. Oh Gott, ey, also Navi-Karte ist echt nicht die schlimmste Karte geworden, die bei Battlefield hier mittlerweile. Krass. Oh Gott. Von wo schießt der denn da? Ach, Reibrolle, ey. Hör auf. Oh. Cremiger Mensch. Auch geiler Nickname. Und wieder weggesnipert. Also langsam ist echt... Kannst du nicht... Kannst... Man kann es einfach nicht mehr ertragen, dieses Snipern. Oh. Es ist einfach nur noch ätzend. Die Leute hocken auf ihren Spots und machen nichts anderes. Anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Ja. Oh Mann, und dann rennst du dem genau in die Fresse. Drauf da, du Arschloch. Ist die Fotze hier immer noch? Wir haben Ziel-Dora eingenommen. Du sollst aufhören, andauernd wieder... Oh Mann. Der ist so ätzend. Ey, ist schon wieder weggesnipert. Ey, jetzt reizt's mir langsam. Mann. Verlebt mich wieder, du dumme Sau. Der sich gleich auf den Boden legt, ey. Der erste, was er macht, sieht mich, legt sich sofort auf den Boden. Oh, die Leute absolut nix mehr. Oh, genau. Ich lauf hier aber auch in die Leute rein, ey. Gott, das will. Der scheiß Sturmversorgungssoldat ist aber eine Wichsklasse, ey. Der hat nur scheiß Waffen. Oh, das ist alles viel zu langsam, weil alle nur mit Schnellen spielen. Ja. Oder Sniper. Ja, oder Sniper, genau. Komm, jetzt neutralisier diesen Punkt hier. Boah. Ja, oben in dem Haus ist einer drinne. Okay, was ist hier nochmal? Zu ihr, ja. Können wir eh nochmal probieren. Jetzt erstmal sind wieder die Sturmsoldaten. Er liegt da einfach nur mit seiner Macht, man. Ach, sie ist so dummeln Nutte. Oh, sie ist so gesehen, ey. Oh, diese Leute, ey. Die sind so anstrengend, ey. Vorzeih, geht auf. Achtung, wir haben Ziel-Dorafone. Können Ihnen keine Pause. Wir gewinnen das hier. Gut, ein Ziel nach dem anderen. Wahnsinn. Hm, scheiße. Scheiße, die haben die. Einer von uns wurde weggesprengt. Dem ist da hinten, wo sein. Werter haben wir verloren. Mann. Warte, kann ich nicht der will nehmen. Der steht da aber noch an dem gelben Haus, wo die Ecke so weggesprengt ist. Da steht der. Ah, ich sehe ihn. Warum greffe ich den nicht? Hä? Okay, er ist tot, aber trotzdem. Boah, jetzt hat mich der Bomber erledigt. Wollt ihr mich verarschen? Ist doch nicht euer Ernst. Wir sind schlecht, ey. Was? Bleib liegen. Ja, da kommt, warte, werde schon. Warkiller. Ja, Munition. Achso, was gehen wir denn jetzt? Nach C verliehen wir. Schon wieder, okay. Aha, hat mich denn jetzt fast eine Granate hier getötet. So, ich habe jetzt erstmal den Sniper in seiner eigenen scheiß Base hier. Ja, sehr gut. Ach, deswegen bist du da langgerannt. Ich habe auf jeden Fall an dem Hügel hier auch noch irgendjemanden hier sehen. Oh, jetzt aber schnell. Bin ich dumm. Nein, können wir jetzt auch F als Befehl geben. Mann, F, bitte. Snipert, fast tot. Geil. Hier ist eine Spawn Base an dem Rollband. Natürlich. Ich weiß, warum da eine Spawn Base direkt an dem Rollband ist. Da können sie schön direkt von da immer direkt hochkraxeln. Idioten. Oh, jetzt setzt er sich wirklich an den Stationären im G-Rand um. Naja, mach halt. Ah, scheiße. Wo seid denn ihr? Ist ja tot. Tot, tot. Spawn ich nochmal schnell bei B. Äh, dann spawn ich bei dir einfach mal. Steht hier echt ein Panzer von denen an. Da oben war auch einer. Der rennt da weg noch. Wie viel hält denn der aus? Warte mal, wenn der am Panzer ist, den kann ich eventuell hier mit meinem... Oh, sehr schön. Ah, meine beiden lagen noch direkt daneben. Das hat die Wucht nochmal ein bisschen verstärkt. Teamarbeit. Trotzdem war meiner Meinung nach seiner zu A gerannt. Ja, ist auch. Der war aber so gut wie tot. Aber der hat es noch geschafft in dem Bunker sich zu retten da. Ich gebe mal D aus. Also gut, aber auch nochmal mit zu A hier kommen. Bei A sind jetzt gerade welche. Welche? Oh, der ist glaube ich hinter dir. Hinter mir? Nein, soll er mal kommen. Nee, der war vor dir, alles klar. Der war hinter mir, der war vor dir. Okay, habe ich aber. Oh, der Bomber ist von uns. Der aber nicht. Aber der hat eine Stimme. A ist wieder. A ist wieder was los. Oh, Glück gehabt. Ich bin auch in dem Moment zurückgelaufen. Da war ich aber hart an der Grenze direkt, ey. Echt, bei A sind welche? Bei mir zeigt er gar nichts an. Bei mir war A ist jetzt wieder vorbei. Okay. Bin ich jetzt nochmal zu C. Ein paar Punkte brauchen wir noch. Dann kann ich auch mal einen Angriff starten. Jetzt bin ich bei A wieder. Hä? Nee. Jetzt schon wieder nicht mehr. Okay. Was haben wir denn verloren? Das ist ein Baumstamm. Manchmal weißt du nicht, ob das ein Baumstamm ist, oder? Oh, auf jeden Fall. Oh, P-Mine. Irgendwo sind sie bei C. Ein paar Leutchen. Ja, natürlich. Der kommt mir genau nicht zu. Oh, alles gut. Oh, wo ist hier noch einer? Was sind die denn alle, Alter? Jetzt sind sie weg bei C. Nee, jetzt ist wieder einer da. Ich bin hier noch irgendwie schützt. Da ist er. Da ist noch einer. Jawohl. Beide gekascht. Abgekascht. So, die haben wir noch. C sind schon wieder, Leute. Ah, können wir eigentlich gleich verteidigen hier. Oh, dann war es da nicht in der Landgelaufen. Da. Da kommt, er wurde nicht weggesnipend. Mann, was ist denn? Krass. Flugzeug. Tod. Ach, Bomber. Achso. Okay. Als ob der nur um mich geschossen hat. Geil. Ich hoffe, der wendet jetzt nicht. Erik ist tot. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Ich kann nur vermuten, mutmaßen. Kann aber sein, dass der tot ist. Ich weiß, er probiert einfach mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist er weggerannt. Schade, aber wieder der Bomber. Ja, ich hab's gehört. Na ja, aber das ist wieder hier ein Team. Du kannst du völlig vergessen. Oh Gott. Ich frag mich, wie wir führen können. Meine Güte, ey. Und das nur Idioten hier, ey. Unfassbar. Ich bin zu A wieder zu unterwegs. Gute Idee, auf jeden Fall. Oh, ganz genau. Von B schieße sie bestimmt auch schon auf A rüber. Dann könnt ihr jetzt den Angriff starten. Vielleicht lohnt sich das mal. Oder bei C er wahrscheinlich war. Ach so, AC haben sie ja schon wieder zurückgenommen. Geil. Äh, mach bei C rein, was soll's. Wir kommen, glaub ich, gleich Leute. Ena ist hier. Wahrscheinlich werden die jetzt eher zu A kommen. Wahrscheinlich werden sie jetzt eher zu A kommen. Na, ich kann natürlich auch mal bei A einfach anfordern. Das ist nicht das alte, was schießt denn hier? Ach, das war ein Panzer. Okay. Bei B ist einer. Und so auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Gottes Willen, ey. Jetzt nehmen sie gerade A ein. Nee, das war nicht. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Kurzzeit, ey. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile liegen wir echt schon zurück. Vielleicht wäre auch F eine Option, dass da auch sehr viele Sniper offensichtlich liegen. Nein, lass uns dann auch einfach mal zu F und dann gucken wir da mal. Der Sniper hat schon wieder irgend so ein Vollidiot da hinten. Nee, nee. Wir müssen das Ziel dort erobern. Durch. Mensch. Oh, wie ich manchmal hasse, dass er da nicht reinkommt, ey. Ich habe so was Bescheuertes. Das ist ein Panzer irgendwie von denen, glaube ich. Ja, ja. Ich wurde von hinten beschossen. Wer war das? Da ist ein Panzer, ja. Ich habe keine Abwehrminen dabei dabei. Oh nein, ich dachte, ich habe noch... Ach, scheiße. Warum denn? Ach, du Scheiße. Mann, weg. Hm, da steht genau der Panzer. Genial. Absolut genial. Ich bin hier durch den Rauch. Wunderbare Idee. Feindlicher Panzer! Er gesnipert. Ja. Einmal kurz aus der Tür raus. Mann, wo ist er denn? Oh Mann. Oh Mann. Team, bewegt euch, Mann. Macht mal irgendwas, bitte. Ach, Erik ist schon wieder im Flieger. Ja, der hat sich im Bock mehr hier. Als Soldat. Ey, verständlich. Wo soll ich denn jetzt hier diese Rakete zünden, ey? Bei C, bei F, bei E. Bei C würdest du machen jetzt, ne? Logisch. Oder? Oder bei C. Du hast recht. Ich habe es jetzt einfach da. Halt aber noch Abstand von C. Ah. Mann, du Fotze. Hoffentlich wirst du von der Rakete mitgenommen. Ich hoffe, er hat da. Ich bin hier bei C. Jetzt wurde ich echt abgeknallt hier, ey. Renn mal schnell zu C, noch genau. Boah, ich habe nicht einen einzigen erwischt. Das gibt es doch gar nicht. 50 Feind getroffen, das war mir nicht. Unglaublich. Steht da jetzt wirklich ein Panzer? Ich brauche hier mehr Munition. Bei A, ja. Großartig. Und wieder angeslibert. Oh Mann. Und der Bomber. Juck. Ich sterbe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo ist denn der Scheiß-Sniper schon wieder? Ich bin verletzt. Hilf mir jemand? Schon wieder am Baumstamm. Schon wieder gedacht. Oh Gott, wo seid ihr? Da bestimmt hier hinten. Oh, wie uns hier, wie jeden Sniper von uns hört. Hetzend von uns, ja. Direkt in den Bäumen, unter den Bäumen, damit er bloß nicht gesehen wird. Ja, ja, ey, so eine Pussy. Ah, sollste machen. Ist das gar nicht. Ja, aber dann knallt die auch ab, Sniper, wenn da, wenn die Leute schon über Freiheit fällt drin, also. Schön wär da. Sollte man denn vielleicht schon drauf haben. Nehm, die Munition hier. Ist der Panzer? Ja, da ist der Panzer, genau. Scheiße. Ach, da ist der Panzer. Ach, ja. Oh, nee. Ich kann dich wiederbeleben. Ich warte noch kurz. Oh, ja, der schießt hier schon weiter rein. Äh, Heilung. Oh, ja, natürlich. In dem richtigen Moment drückt er ab und tötet uns beide, natürlich. Klar. Scheiße. Oh, genau. Genau, genau. Absolut. Von wem wurde erig da abgeknallt, ja? Das da. Dort müsst ihr vorsichtig sein. Komm, ich krieg nicht wieder hin. Wir sind überall. Wir sind schnell. Nein, oh, überlebt so ein Zinsen, ey. Jetzt verlieren wir eh auch noch. Ich hatte das Ziel, doch, ja, Mem. So, ich bin nicht mehr hier. Sieht euch das an. Gefährlich, oder? Und dann, der Besenkammer, hockt da drinne. Da drüben. Das ist verdammt gefährlich. Hab ich. Gut, danke. Wartet der, ja. Auf euch hast du eine andere Besenkammer. Also, da, wo der rote Bob nicht ranne war. Ja, stimmt, ja, genau. Okay. Guck mal, das ist so F. So F haben wir ja schon. Ach so, du hast ihn von gegenüber abgeknallt, dann. Ja, okay, na dann. Ich muss auf jeden Fall mal auf Klo hier. Ich beende hier schon mal. Ja, ich guck mal mal in die Statistik. Musst du dich für uns beide verabschieden, dann sag ich schon mal Schiss. Ja, mach ich gleich. Na, kann ich mir auch noch mal zu trinken holen in Ruhe. Naja, Küferlustorte stimmt wenigstens. Gut, dann Schiss. Gut, dann Schiss.